Ich bin Willi. Die meisten nennen mich Chili-Willi. Ich habe Visionen. Er wird uns hervorragend dienen. Das werden sie doch schließlich alle. Flüchtet nicht vor eurer Vergangenheit. Sie wird euch sowieso für den Rest eures Lebens begleiten. Ihr solltet euch lieber mit ihr anfreunden. Ich bin Willi. Untertitelung des ZDF, 2020